Verschwungener Lieferant sein, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Da oben oder wo? Das ist eine Abbau-Drohne. Das ist eine Abbau-Drohne. Das muss in dem ganzen Gebiet sein. Okay, okay, okay. Check it. Ja, das kann ja überall. Ja gut, ich werde es schon finden. Ah, wir kommen näher, sehe ich gerade. Da unten. Aua. Ah, das ist schon cool. Das ist schon cool. Was ist da? Ah, das ist das, glaube ich. Ja, wir haben es. Was zum Abstaunen? Hier ist nichts zum Abstaunen. Sieht aus, als wäre Sokas Lieferant tot. Hier kamen Schusswaffen zum Einsatz. Die Rückstände deuten auf Kett-Technologie hin. Die Kett. Na toll. Wir haben sie gefunden. In Scans zufolge enthalten diese Kisten an garanische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Das war ja klar. Oh ja, 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 Wappler. Wappler in der Hood. Das gibt's aufs Maul. Das sind die feigen Hühner. Geht die nicht. Was sind denn diese Hühnchen? Chicken Nuggets. Kommt raus. Balls und so. Oh, oh, fuck. Oh, der hat Balls. Komm her. Na komm, Specki. Ups. Specki sauer. Wow. Specki sauer. Oh. Warte. Krieg ich da was? Jawohl. Überreste. Halleluja. Solche Ratzen. Alle erwischt. Meine normale Waffe? Nee. Das ist meine geile Sniper. Ich glaub das... Ja. So, Xindul wäre down. Können wir da weitermachen. Alles meins. Hat sie erledigt. Jetzt muss ich die wieder zurückbringen. Allerdings muss ich sagen, das werden wir natürlich später machen. Wo wäre ich gerade jetzt nicht extra da hin. Oder muss ich die hier abgeben? Nee, dann muss ich auf die Tempest. Okay. Das heißt, wir machen den Auftrag da. Interessanter Ort. Was soll das sein? Gut, wenn ich schon mal da bin, ist da. Wie haben Sie das alles eigentlich gelernt? Es macht nicht den Eindruck, als hätten Sie besonders viel Hilfe gehabt. Hatte ich auch nicht. Und die Antwort lautet, ich habe viele Fehler gemacht. Fehler gemacht. Überlebt. Wütend geworden. Ja, das ist das da. Die Wappler. Würde ich sagen, die Sniper mal einfach weg, die Scheiße. Funktioniert normalerweise ganz gut. Wenn man, Digga, für die Balls hat. Erinnern Sie, wie die Jing-Nuggets. Hallo, Digga. Gute Deckung hast du. Nur scheiße, wenn einer von oben ballert, ne? Die Moorhuhn spielen hier. Alter. Ich komme aus deiner Deckung, du Feiger, Johannes. Wie sie alle in Deckung sind, ne? Sie kalt hier oben, das ist halt das Problem. Ich muss runter, hier ist saukalt. Er friert mein Arsch noch. Stärke sämtliche Schilde. Mit nem Feind looten, läuft bei mir. Hammer des. Lappen down. Kalt hier irgendwie. Umgebungstemperatur. Ah, angenehm hoffentlich. Sehr schön. Mit dem aufgeführter. Der bescheuert aus, ey. Oh, stylisch. Stylisch machst du das? Ist hier noch was? Das sieht irgendwie nicht mehr noch aus. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, 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 ja. Ich glaube, da geht's rein. Jeder geht so aus. Scheiße. Hier gibt's noch was. So, haben wir alles? Hoffe, du. Abgegrast. Oder? Oder auch nicht? Ah, oder nicht? Scheiße, da ist nur irgendwo was. Äh. Haben wir mal vielleicht von der Seite da. Ne, das ist nur dieser Eingang. Hier ist aber nix mehr. Übrigens, ja gut, wegen dem werden's mir nicht hier halten. Irgendwo irgendwas sein. Aber wo? Da unten. Gar nix. Mach mal auf, hier ist kalt. Ne, ich glaub, da ist nix mehr. Hab hier alles abgestaubt. Ja, da haben wir ne Überreste. Das kann man verdrehen. So, was ist jetzt da mit dem? Ja, der Punkt ist nur immer da. Wahrscheinlich soll er da später mal hin per Auftrag oder so. Keine Ahnung. So, dann werden wir sich das da oben klauen. Wo ist das? Ähm. Da. Am Arsch der Welt da oben. Ne, da hinkommen wir sollen. Naja, kriegen wir schon. Mal ein bisschen bergsteigen. Das war ein schickes Ausweichmanöver, VetDrum. Sehr cool. Danke. Hab ich von einem Piraten im Randsektor gelernt. Kannten Sie ihn lange? Etwa eineinhalb Minuten. Das war keine besonders gute Kneipenschlägerei. Oh, 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 oh. So, da ist meine Ressourcen. Abstauben. Eins. Martin war da drin. Das läuft. So, was kann man jetzt machen? Fragezeichen. Unbekannter Ort. Okay. Was ist das da? Abbauzone. Eine extra geile Abbauzone. Die könnte man natürlich einstraffen. Aber da sollte ich vorher das da machen. Hier sind auch Aufträge. Ja, oder scheiß drauf. Wir fahren zur extra geilen Abbauzone. Extra geil. Extra geil. Extra geil. Ein bisschen da abwärts. Es läuft. Ja, das ist dieses Dings da. Da werden wir platt machen. Dann ist das dieses Fragezeichen? Ne, das Fragezeichen ist rechts. Da unten. Ein Monolith ist das. Ha. Kett haben ein Lager. Ich glaube, das ist Cat Tech. Halten Sie die Augen offen. Na, lassen wir die mal. Das machen wir aber dann auf jeden Fall. Gönne denen kein Lager in meinem Gebiet. So, hier haben wir Ressourcen wie Sau. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extragieren. Reliktstätte. Möglicherweise mit ein paar Lauerern. Ich muss sagen, ich bewundere, was Sie getan haben. Schauen wir mal, was hier alles gibt an Ressourcen. Sehr freundlich, Cora. Die meisten halten mich für verrückt, weil ich Sie hier rausgezerrt habe. Nein, ich meine davor. Sie haben sich alleine durchgeschlagen und Sie aufgezogen. Bei Ihnen klingt das, als hätte ich eine Wahl gehabt. So war es aber nicht. Oh. Ich bin aus der Abbauzone. Ich muss wieder retour. Ich wollte nicht. Schon okay. Hat Ihnen das gut geklappt in Anbetracht der Umstände? Wie auch immer. Glückwunsch dazu. Ah, hier mal. Was bleibt stehen. Ich hätte das nicht geschafft. Ach, kommen Sie. Sie schmälern Ihre eigene Leistung viel zu sehr, Cora Harper. Was ist denn das da? Ach so, das sind so wichtige Dinger, die man abknallen muss. Sicher was zum Abstauben hier. Jetzt haben wir da Probe was zum Abstauben. Muss man dann abstauben. So, wo ist der Rest von meinen Ressourcen? Jetzt hat geheißen, extra reich an Materialien. Merke nur nichts davon. Vielleicht extra beschissend. Ja, lasst mich in Frieden. Ich suche nur Materialien, ihr Bauern. Ich komme eh wieder. Und dann geht es aufs Maul. Nicht in der Zone. What the fuck? Hey, ich suche die gerade. Oh, oh, oh. Warte mal, wo ist das? Okay, gerade aus und nach rechts. Mitten am Arsch da oben, oder? Oh, hier sind Ressourcen wie sauer. Fuck, da ist alles. Läuft. So, alles abgebaut. Hier ist der Monolith. Aber wenn ich da bin, könnte ich den eigentlich ruhig machen. Die Abbau-Zone ist erschöpft. Der Monolith ist da. Äh, da. Manchmal lasse ich auf der Reise meinen gedankenfreien Lauf. Und plötzlich habe ich einen Tagtraum, in dem Callow ein Spion mit einem Doppelleben ist. Oh, das sind Feinde. Boop's down. Boop's down. So, jetzt wird er abgestaubt. Was ist denn da noch? Da ist sicher noch was. Genau. Stopp. Unterplumpsen. So, da gibt es auch noch was. Was. So, jetzt müssen wir schauen, wie das wieder geht hier. Wie funktioniert denn das? Was ist denn da, schau's? Der ist im Arsch. Kann ich den aufwecken, oder was? Nö. Der ist alles im Arsch. Aktivieren können den Dreck. Ähm, ja. Ich glaube, das kann ich erst später machen. Hier kann man nichts drücken. Können wir erst später machen. So, dann fahren wir. Wie ist denn der jetzt erledigt? Das war alles? Lol. Aha, das ist ja gar nicht so ein Ding zum, zum machen. Alles klärchen. So, dann würde ich sagen, wir machen diese Abbauzone hier. Freuen mich zu deren Schnellreise hier. Was ist das? Doll brauchte Lötzinn und hat dafür diese selbstgemachte Lotion... ...Wuhn eingetauscht. Ich fühle mich jetzt weicher, als es sich für eine Turianerin gehört. Lol. Hat sich gleich keinem in die Fresse geschmiert. So, hier ist noch ein Ressour... Wow, da sind Ressourcen. ...in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018